Dirt Rally So, heute habe ich mir das Spiel Dirt Rally gekauft in der Legend Edition und ja, da ist nicht nur das Spiel Dirt Rally enthalten, sondern auch Colin McRae Rally. Und ja, schauen wir mal hinein. So, also in der Verpackung Dirt Rally für die Xbox One ist einmal der Code für Spiel Dirt Rally. Dann hier ist Colin McRae Rally Legends über Colin McRae, eine Blu-ray Disc. Und ja, da kann man einiges über Colin McRae erfahren und so weiter. Und ja, hier ist das Spiel Dirt Rally. Und ja, es gibt über 40 kultige Offroad Wagen, sechs gewaltige Rallys mit über 70 Strecken, authentisches Fahrverhalten, Teamverwaltung, Upgrades, Reparaturen, Einstellung und Tuning, Online-Ligen und Herausforderungen. Ja, am Anfang habe ich gesagt, ja, das Spiel kommt Dirt Rally und Colin McRae Rally. Ja, das ist eine Blu-ray Disc, habe ich gerade gesehen. Ich habe geglaubt, es ist ebenfalls ein Spiel. Aber nein, es ist die Blu-ray Disc über Colin McRae, über die Rally-Legende. Ja, soviel dazu. Ich bin schon gespannt auf das Spiel. Schauen wir mal, was da drin ist. Ja, ist nicht einfach zum Aufmachen. So, ich habe hier mal die Verpackung aufgerissen. Und ja, Dirt Rally, das Spiel für die Xbox One. Und eine Beschreibung, Kurzanleitung zu Dirt Rally. Ja, die Steuerung wird beschrieben. Ja, ich bin schon gespannt auf das Spiel. Und unterhalb dieses Videos finden Sie dann den Link zu meiner Spieleseite. Und dort finden Sie dann auch Aufzeichnungen, Livestreams aus dem Spiel und aus anderen Spielen für die Xbox One. Rally. Vielen Dank.